Ich glaube, da gibt es nicht so viele da draußen, die das von sich sagen können, ihre Kunden über sie sagen, dass sie wirklich das Leben verändert haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Immolution Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, wie wichtig sind Testimonials, also Videokundenstimmen oder Kundenstimmen allgemein für dich als Immobilienmakler. Ja, wir werden heute mal so ein bisschen darüber quatschen, worauf muss man da achten, warum ist das so wichtig, deshalb spiele ich einfach mal den Ball rüber und du erzählst mal ein bisschen was darüber. Genau, also die wichtige Grundlage erstmal dafür ist, es gibt ja mehrere oder verschiedenste Möglichkeiten der Bewertung, damit wir alle erstmal abholen. Wir haben einmal die Bewertung auf den Immobilienportalen, wie zum Beispiel Immobilienscout, das heißt, überwiegend Kaufinteressenten bewerten mich, wie läuft's. Dann haben wir natürlich so, ich sag mal, Google-Bewertungen, ja. Dann haben wir Proven Expert, also verschiedene Bewertungs-, also freie Bewertungsplattformen, die ich bezahle sozusagen, dass ich das nutzen kann letztlich. Und wir haben natürlich auch noch das Thema eigene Bewertung, schriftliche Bewertung einzuholen. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, dass Käufer und Verkäufer zum Beispiel ein Video drehen, in die Kamera sprechen und sagen, wie denn wirklich die Vermarktung funktioniert hat. Oder der Kauf oder Verkauf wirklich funktioniert hat. So, das ist erstmal so vom Großen und Ganzen, was es da so für Bewertungsmöglichkeiten gibt. Zweite Sache ist, dass das Thema Bewertung einen sehr großen Stellen weit mittlerweile in unsere Gesellschaft eingenommen hat. Wenn wir mal drüber nachdenken, wir bestellen irgendwas auf Amazon, was vielleicht jetzt nicht 5 Euro kostet oder 10 Euro. Selbst da wird ja schon recherchiert, wie ist die Bewertung von dem neuesten Ladekabel oder irgendein, keine Ahnung was, einer Uhr, die ich kaufen will oder Urlaub, den ich buchen möchte oder der nächste Staubsauger. Also auch da hat ja Bewertung einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert. Ja, definitiv. Ich glaube, dass keiner mehr, kaum jemand mehr irgendwas kauft. Ohne sich vorher da tiefgehend, ja, definitiv. Restaurantbewertungen, ganz riesengroßes Thema, ne? Ja, definitiv, definitiv. Oder? Ganz, ganz riesengroßes Thema. Das ist ja auch so, sag ich mal, die Grundlage dafür, dass so Geschäftsmodelle wie Check24, also Vergleichsportale, ja auch funktionieren, weil das ja auch sehr, sehr viel dann mit Bewertungen, mit Rankings zu tun hat und so weiter und so fort. Das ist aber auch einfach in der, würde ich sagen, in der DNA der deutschen Gesellschaft so ein bisschen verankert. Ich glaube, die Amis kaufen einfacher Dinge und schneller, ja. Wobei, wobei, Leon, das erste Bewertungsportal, also was, was mir jetzt, was mir jetzt geläufig war, das ist jetzt, das erste Mal über den Weg gelaufen, ist mal das wirklich so vor, ich glaube, zwölf, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren, war Yelp damals. Ja, klar. Ob es das noch gibt, gibt es immer noch, ja. So, hat aber, keine Ahnung, was, also irgendwie haben wir andere Sachen. Ja, ja, was ich meinte, ist aber, dass Amis andere Käufertypen sind, ja, weil die mehr Grundvertrauen haben. Aber ist ja egal, lass uns nicht darüber reden. Der Punkt ist halt, dass es aber auch deshalb einfach wichtig ist, weil es dir Proof of Concept gibt, ja. Also, weil es beweist, ja, offensichtlich, wenn Leute dich bewerten, positiv, im besten Fall, dass du ja was richtig machst. Ja, trotz alledem ist es beim Thema Immobilienmakler immer noch ein bisschen anders. Warum? Weil bei einem Hotel, bei einem Mixer, bei einem Kaffeeautomaten weiß ich relativ genau, also nicht relativ, sondern ich weiß genau, was erwarte ich, was erwartet mich. Ja, oder was bekomme ich. Was bekomme ich, ja. Ja, Hotel, genau das gleiche, Urlaub, also bei Immobilienmaklern ist aber immer noch überwiegend das Vorurteil, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, das muss ich wieder als Grundlage verstehen, ist immer noch der, das Vorurteil wesentlich größer, ja, also das Urteil vor Kenntnis, ja, nicht vergessen, Vorurteil. Das Vorurteil vor Kenntnis und das Image deutlich über, also deutlich drüber, also überstehend, so muss ich es formulieren, über der Bewertung an sich. Das heißt, ich muss, wenn ich es ganz schlau anstelle, kann ich die Bewertung tatsächlich anders inszenieren oder ich muss sie anders einsetzen als Makler. Wie muss ich sie denn einsetzen? Das ist eine gute Frage. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, nächste Frage, nein, natürlich nicht. Also der erste Punkt ist, wo kann ich sie denn überhaupt einsetzen? Also ich kann sie natürlich hervorragend einsetzen im Einkauf. Also das heißt, wenn ich wirklich beim Kunden sitze, um meine Leistung, die ich jetzt gerade dem Verkäufer erklärt habe, zu beweisen. Das funktioniert natürlich auf der Ebene von Google-Bewertung, Immobilienscout-Bewertung und so weiter, indem ich die einfach zeige, weil ich sie schön in Szene setze. Noch cooler ist natürlich, wenn ich einem Verkäufer erklären kann, also nicht selber erklären muss, sondern meine Kunden tun das in Form eines Videos oder zwei, drei, vier Videos, die ich ganz einfach in Szene setze und sage, Mensch, Herr Busbach, an der Stelle möchte ich jetzt einfach gar nicht selber weiterreden, sondern möchte einfach mal ein paar Kunden von mir sprechen lassen, die ihnen sagen, wie zufrieden sie mit meiner Zusammenarbeit waren oder mit der Zusammenarbeit mit mir. Und wenn ich das im Einkaufsgespräch einsetze, sehr cool. Eine weitere ganz entscheidende Position ist, und das sollte sich jeder Immobilienmakler mal draußen fragen, wie viel Videobewertungen, also echte Kunden, keine gefakten, nichts getrickstes, sondern echte Kunden haben in die Kamera gesprochen und sind auf meiner Webseite. Also das heißt, wie viele Videos habe ich auf meiner Webseite von echten Kundenstimmen? Weil alles andere könnte man unterstellen, dass es auch irgendwo nicht ganz 100% echt ist. Weil leider Gottes, und das muss ich hier an der Stelle mal sagen, finde ich, wenn bei einem Immobilienmakler auf der Seite Klaus H. aus W. hat gesagt, kein Bild, kein gar nichts, dann stellt sich mir die Frage, wie real ist das denn wirklich? Ja, gibt einem so ein komisches Bauchgefühl. Ja, das ist doch lächerlich. Also seid mal ganz ehrlich, Freunde. Also ihr könnt es ja versuchen, aber dann macht es doch wirklich richtig. Selbst wenn, Datenschutz und wir sind alle pikiert. Hey, kein Mensch hat gesagt, dass du 350.000 Bewertungen brauchst. Aber die Bewertungen, die du hast, die sollten echt knallen, die sollten gut sein. Die sollten einfach dem Kunden auch einen echten Mehrwert liefern, dass er sozusagen eine Entscheidung treffen kann. Weil das ist der Sinn einer Bewertung im Sinne von Hotelbewertungen, Amazonbewertungen, Buchbewertungen. Weil das hilft mir ja, verstehst du? Das hilft mir ja, mich für den Kauf dieses Produktes zu entscheiden. Ja, also am Ende des Tages ist ja, Testimonials sind ja unterm Strich dazu da, um Vertrauen zu erwecken, jetzt aus Sicht des Maklers. Ja, der Makler muss sich darum kümmern, vertrauenserweckende Strategien aufzubauen. Und eine Strategie dafür ist halt einfach Testimonials. Und die am besten in Ton und Bild, mit Farbe, ja, Video. Weil das einfach am realsten ist für die Leute und auch am glaubwürdigsten. Ist auch das Schwierigste. Definitiv. Ist auch das Schwierigste. Das heißt, da muss es schon ziemlich gut für sein, dass die Leute bereit sind, so etwas zu machen. Und vor allem auch das gut gesprochen bekommen. Genau, das gut gesprochen bekommen. Das kann man natürlich in Form von Interviews machen zum Beispiel. Also im Prinzip, man kann ja auch eine kleine Anleitung geben, das ist ja gar nicht so schwer. Dass man sagt, Mensch, wer sind sie denn? Warum haben sie sich für mich entschieden als Immobilienmakler? Was war der Grund, warum sie verkaufen wollen? Kann man, muss man nicht einbauen, aber wäre eine Variante. So, wie, was ist denn konkret passiert? Ja, also was ist die Transformation sozusagen? Was ist das, was ist da passiert? Und was war das Ergebnis? Ja, so das reicht ja schon. Und was ist ihre Empfehlung an andere Menschen da draußen, die auch ihre Immobilie verkaufen wollen? So, damit hast du ja im Prinzip schon alles abgedeckt. Das ist ja ganz, ganz easy. Aber hier ist wieder so eine Mindset-Sache. Ach, kriege ich nicht hin und die Leute wollen das nicht und so weiter. Aber du hast entschieden eigentlich, dass die Leute das nicht wollen. Also du hast es noch nicht mal versucht am Ende. Ja, definitiv. Und ein weiteres Thema ist halt, dass ein Käufer die Dinge natürlich immer anders bewerten und sehen wird als ein Verkäufer. Ein Käufer, der war vielleicht enttäuscht, weil er einer von 20, 30, 40 Leuten in der Jetzt-Zeit vor der Zinskrise waren es ja 100, 200 Leute. Jeder, es kann nur einer die Immobilie kaufen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht auch einer enttäuscht ist, ist natürlich ungleich höher als ein Verkäufer, dem du das Haus verkauft hast. Und das kann man auch wieder extrem cool in Szene setzen. Ich will jetzt hier auch nicht zu weit führen, weil das sind auch detaillierte Coaching-Inhalte, die wir unseren Kunden an die Hand geben, wie man das auf einem extrem professionellen Weg und auf professioneller Ebene machen kann. Aber so viel sei einfach gesagt. Wenn du es richtig machst, dann musst du es auch richtig spielen und nicht einfach nur ein Bewertungseinsammler sein, sondern sie eben in dein Geschäft so integrieren, dass es tatsächlich auch Wirkung hat. Ja, und auch den Trust bringt, weil darum geht es ja, es geht ja um Trust. Und wenn du es richtig cool machst und richtig sexy machst, dann ist es auch ein echtes Asset. Ja, definitiv. Dann ist es ein echter Vermögenswert innerhalb des Unternehmens, wenn du coole Bewertungen hast und ich kann ja nur von unseren Bewertungen sprechen, da würden sich andere, glaube ich, die Finger nach lecken, wenn sie solche Bewertungen hätten wie wir, wo wirklich Leute aus tiefstem Herzen, und ich will das nochmal betonen, aus tiefstem Herzen sagen, dass wir ihr Leben verändert haben. Und ich glaube, da gibt es nicht so viele da draußen, die das von sich sagen können, also von ihren Kunden oder dass ihre Kunden über sie sagen, dass sie wirklich das Leben verändert haben. Und wir sind nur, unter Anführungsstrichen, nur Leute, die Immobilienmakler coachen, aber wir coachen halt eben nicht nur, sondern wir bilden wirklich aus. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir einfach nur coachen, ein paar Anweisungen, ein paar Tipps geben oder auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ja sagen wir mal, auch unsere Maßnahmen, die wir beibringen, wo wir unsere Leute darin ausbilden, nur auf vielleicht die Kalterquise fokussieren oder vielleicht noch irgendwas anderes, sondern wir zeigen unseren Kunden die ganze Bandbreite auf und mit einem kleinen Unterschied, dass wir es auch wirklich alles selbst beherrschen, selbst umgesetzt haben, in der Praxis angewendet, erprobt ist, wir genau wissen, wie es funktioniert. Ja, und ganz, ganz, ganz wichtig und ich muss das einfach an der Stelle nochmal sagen, dass wir keine versteckten Absichten haben, sondern unsere Absicht ist, unsere Kunden auszubilden, fitter zu machen, auf das nächste Level zu bringen und erfolgreich zu machen und nichts anderes. Dafür erwarten wir natürlich einen Austausch, denn wir wollen auch Geld verdienen, keine Frage, dafür kriegen wir natürlich auch Geld, gar kein Thema, aber ich habe noch keinen bei uns erlebt, der nicht gesagt hat, also vor allen Dingen von denen, die es umgesetzt haben, natürlich gibt es auch bei uns Leute, die es einfach nicht umsetzen, gibt es überall, können wir auch ganz offen darüber reden, aber die, die es umgesetzt haben, haben es alle zigfach, zigfach, ich will keine blöden Werbesprüche rauslassen, aber zigfach wieder zurückbekommen. Ja, und da sind wir auch wieder dabei, wirklich ausbilden und auch das Thema Bewertung muss man durchdringen, in den Grundlagen, in der Basis, mit allen Feinheiten. Yes. In diesem Sinne, wenn euch dieses Video gefallen hat, also unsere Podcast-Folge, dann folgt uns natürlich wie immer auf TikTok, auf Instagram, hier auf YouTube, abonniert unseren Kanal und schreibt gerne auch hier wieder in die Kommentare eure Erfahrungen zum Thema Bewertung und ob ihr von euren Kunden denn schon Videos auf eurer Webseite habt, das wäre mal sehr spannend zu erfahren und wenn ihr vor allen Dingen wirklich nicht nur ein bisschen gecoacht, ein bisschen ein paar Tipps bekommen wollt, sondern wirklich eine tiefgehende Ausbildung haben wollt in Akquise, Einkauf, Verkauf und wie ihr vom Makler zum Unternehmer werden könnt, dann seid ihr bei uns genau richtig. 35 Jahre Erfahrung und das kann keiner auf dem Markt bieten, keiner, es gibt keinen auf dem Markt, der in diesem Bereich aktiv ist, der 35 Jahre Erfahrung in diesem Business hat. Dann seid ihr bei uns genau richtig, bucht euch euren kostenfreien Termin, wir beraten euch, schauen wie wir euch helfen können und wie wir euch aufs nächste Level bringen. In diesem Sinne, auf geht's. Also, auf geht's.